Jo, herzlich willkommen zu unserem und zu unserer zweiten Challenge ähm wieder mit Jan von den Yamachis und mit ihr ähm wir machen jetzt ihren Kutku-Training ja, ich weiß, episch Felser mit, ja genau, mit SNS ja, vorher haben wir das mit Großschwert versucht, aber ja also mir lags nicht, kann ich sagen ja, ich muss ein bisschen angeben boah, da fliegt die ganze Zeit hoch das ist ein nerviges Ding, ey, das glaubt man gar nicht ok, ich hab jetzt die Schalbömer geworfen echt nicht, ich hab keinen Bock drauf ja, das ist eigentlich dumm gewesen, aber dann spackt er wieder rum ja, ich bin wütend oh nein, der wütende Kutku, es gibt nichts Schlimmeres boah, der fliegt der ist jetzt bestimmt schon viermal nach hinten geflogen ja, mir noch nicht so oft, glaub ich, ich glaub zweimal oder so aber jetzt fährt er grad das dritte Mal nach hinten na, scheiße, der Windstoß nein, Waffenstärfe, sollen wir schärfen? schärf einfach ok, dann ist egal aber man hat, dann hat gelbe Schärfe da prallt man voll oft ab ja, das ist natürlich nervig es vergiftet, juhu das Gift hat ihn in seine Ohren einklappen lassen boah, das ist einfach scheiße, ich bin in den Biss reingesprungen das ist wieder, das ist wieder, äh wo man mir das, das hat, boah ich verliere garantiert, man ich versuche immer zu gewinnen ja, ich hab gewonnen ich habe jetzt ich hab fertig, ich sag die Zeit nicht, sonst bist du so gemütet bin sowieso schon nach 1 hat ihn schon angeklappt? ja gerade das ist, ich hätt mich, wenn sie die Bisse dann, ähm dann, das ist die Wurde, Wurde, Zauber, dann steht der Wettel stirb stirb auch er auch tun nach der siehst du ich hatte es hat so vorgebracht im Zuhörer der reingesetzten ich habe ich erwachst du ich habe um Prozent als 2 und 3 okay herr scheiß ich für uns nicht verreinzaten wird sich noch mal ein Prozent wir haben ihn verzweifeln ja jubeln was soll uns ja okay Ja, und dann, dann, ähm, ja, das war wieder unsere Challenge, die war ein bisschen kurz Nächsten werden wir ein bisschen länger, da machen wir mal keine Trainingsschul-Quest, sondern Ja, aber ich bin noch nicht so weit, also ich hab erst, ähm, ja, genau, weil wir haben jetzt Ja, wir haben mit Second G nämlich neu angefangen Ich hab 70 Mal Monobloss gemacht, da bin ich schon Scherzen bekomme Ja, okay, also Dankeschön, servus, hat's gefallen, ciao